Na Horchi, hast du gemerkt, dass ich hier rumgerumpelt habe? Ich habe angefangen, dein Zimmer einzurichten. Wolltest du jetzt vielleicht schon mal gucken kommen? Hier sieht es aber noch aus wie Kraut und Rüben. Ich bin auch noch nicht fertig. Nur schon mal so ein bisschen. Wenn du möchtest, kannst du aber schon gucken kommen. Ist dir das vielleicht noch zu wüst? Kannst dir noch überlegen. Ich mache mal erstmal ein bisschen weiter.